Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. General Paxton. Schleichen Sie sich nicht so an, Sie erschrecken mich ja zu Tode! Sie sind eine von Faro's Leuten, oder? Ich habe gerade das Zeug vom Laufwerk hochgeladen und ihm geschickt. Ich... wir dürften quitt sein. Sie sind armselig. Für wen halten Sie sich eigentlich? Ich hatte vier Sterne auf der Schulter! Geben Sie nie freiwillig Infos preis, General. Sie haben gerade den Namen Ihres Komplizen verraten. Oh, Scheiße. Sie sind ein Ghost. Hören Sie, was ich getan habe, habe ich getan, um meinem Land zu dienen. Wir brauchen neue Waffentechnologien, um Amerika vor seinen Feinden zu beschützen. Aber dabei haben Sie sich selbst zu einem Feind von Amerika gemacht. Sie haben Ihre Position benutzt, um Verrat zu rechtfertigen. Hören Sie, wenn Sie wüssten, was ich für dieses Land geopfert habe, Sie würden sich in die Hosen pissen! Ich respektiere Ihren Rang, aber sie muss ich nicht respektieren. Damit muss Schluss sein. Habe ich mich klar ausgedrückt? Gut. Weil ich nur sehr ungern nochmal herkommen würde. Das wäre für uns beide nicht schön. Angriff, Entdeckung! Feinkontakt! Feinkontakt! Lass uns auf! Was ist das? Kommt, komm! Kommt, komm! Lass uns auf! Lass uns auf! Move! In Schwanze! Anscheinend wurden alle Daten von dem Laufwerk hochgeladen. Alles Nötige sollte jetzt da sein. Sehr gut. Die Reifen und Zahn. An alle. Das ist kein Scheiße. Ihr werdet dann nicht vertreten. Wir haben nicht weg. Leg die Schweine rum, allesamt! Leg die Schreine rum! Du bist tot, hörst du? Konzentration! Leg die Schweine rum, allesamt! Die Schweine rum, allesamt! Weilig! Wir gehen die Schreine rum. Weg die Schreine rum! Merlin, nicht kürze. Wir spannen und leiden, mit dem Samen kommt der Schweine rum! Oh, bereit machen, wir haben Kontakt. Kontakt, freundlicher Soldat. Anscheinend wurden alle Daten von dem Laufwerk hochgeladen. Alles Nötige sollte jetzt da sein. Sehr gut. Und hier haben wir versch Monte keratet. Die Kaffee war mit! Hey, hey! Die Kaffee war mit! Die Kaffee war mit! Ich bin ganz sicher. Ich bin ganz sicher, nicht sicher. Ich bin ganz sicher, nicht so. Ich bin ganz sicher, nicht so. Untertitelung. BR 2018